Jetzt hab ich halt umgepusht, ne? Ja, ich muss reinstehen. Jetzt hab ich hier eingebildet. Das ist mein Tod. Hallo Leute, ich bin SkiGalP und... Heute steh ich immer noch hier. Aber nicht alleine, sondern mit dem Ruko-Aku, den ihr grad nicht seht. Warte, warte. Okay, egal. Du bist immer noch nicht da. Ja, das funktioniert super, aber auf jeden Fall... Versuchen wir heute noch mal. Uh, das ist hier zu spielen. Sind wir dir grad Schilder oder WaitingForServer? WaitingForServer, ne? Schiech! Nice! Was? Bist du denn dumm? Sogar die Zeiten, Alter. Du auch geknägt. Und jetzt ist grad 1, also die 2 um 5 los. Bei Solo, aber wollen jetzt... Hä, was? Hä, da steht doch 0, 10, 20, 30, 40, 50 Minuten. Alle 10 Minuten geht so ein Teil los. 6, 7, 10 los. Das, was du meinst, ist wahrscheinlich grad losgegangen. Um 7 Uhr. Alter, das war grad die Erkenntnis, Leute. Ja, damit ich sagen, spielen wir dann halt... Ähm, es gab was, weil ich grad 19.02 und dann kommen wir auf den 8 Minuten wieder her und dann... Äh, ja, also... Das hätt' man mal wissen müssen. Jetzt hab' ich halt umgepusht, ne? Ja... Ich kann nur das reinschneiden, dass du nicht hier eingebildet erpasst. Hä, nein, das schneid' ich klein. Ah, doch, das heißt, jetzt bleibt nicht eingebildet erpasst, als du dir sagst, oder? Ja gut, das vielleicht schon, aber normalerweise vergesse ich's eh. Alles klar. Ah, ok, die Map. Ja, Leute, es geht auf jeden Fall jetzt wieder... Los mit Skywars. Hab' ich ja grad eben schon gesagt. So, ok, wenigstens hab' ich ne... Hm? Auf der Map werden wir mal hart zerstört. Ja, meistens. Hast du irgendwie ne Eisenhose für mich? Äh, ja, hab' ich, lol. Komm, lass' ich jetzt mal recken, oder? Nö. Hä, der ist halt Tank. Lol, was gibt der nicht? Ich hab' ich hab' ich hab' Hast du dann auch? Ne, noch nicht. Aber den machst du, oder? Ja, weiß. Die haben auch nicht, das kann's sein. Ja... Könnte... Nein, theoretisch... Nein, theoretisch... Hä? Der andere Wölfe macht doch auch gar nichts. Aaaaah! Der Wasser. Ja. Danke dafür. Ah, ich werd' ihn nächstes Mal so predikten. Ich hab' voll... Nee, sagen wir mal... Ah, shit. Hä? Hab' ich jetzt ein Lava? Warte, ne mal kurz die Lava, ne mal kurz die Lava. Achtung! Lava weg! Die Lava weg! Die Lava weg! Ja, einfach nehmen halt! Hä? So, er hat auf jeden Fall keine Lava mehr. Das jetzt. Ich will den kill. Ich bin schon so dumm. Ich schon. Und zum ersten Kind. Ich fang. Aus seiner Dummes und jetzt noch mal drauf geht. Hä? Ist er dumm? Tatsachen! Hä? Der andere Wölfe? Ah ne, das ist toll. Hä? Hä lol? Der hat eine Dier-Russpanzer? Der hat einen Knockback-Shred. Da bitte schön. Da ist ein Knockback-Shred. Hä? Der... 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 Krass. Äh, hast du irgendwie den Blästern-Bus-Panzer für mich oder so? Weil ich hab' den Gold. Ja, das heißt Dach noch. Ich hab' den. Ich hab' den. Ich hab' den. Ne, sind die nicht? Oh! Ja, nice. Komm. Ja, ich hab' den Knockback-Shred. Hat... Der hat sich mit Enderpeller gelettet. Hä? Hat hier jeder einen Charter auf dieser Freakin' Map? Wee! Ne, hab' den geht doch weg, Alter. Noi! Safe dich! Okay, ich hab' den. Und du hast auch den Code. Ah! Alles klar. Wow! Ich hab' den. Wow! Nein! Hey, warte mal! Yo! Warte, hier sind noch lauter so. Welche Teile, oder? Ja, hier war auch... Kann man sich so'n Blumentopf auch aufsetzen? Ja, in welcher Welt lebst du halt? In welcher Welt lebst du denn? 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 Da setzt du dir auch mal Blumentopf aufbremst. Naja, das ist möglich. Da ist noch so'ne Melonen. Hä, wir sind jetzt die Melonen-Gang. Lockback-Shred hat die Super-Ausgut dazu. Ja, nice. Wie machst du das? Er heilt sich halt, aber... Denn ja... Ja, schön! Okay, es ist 19.09, gell? Ich will jetzt nicht pushen, aber es ist 19.09. Tigger! No way! Ja, in einer Minute geht die UAC los! Ah! Wollen wir uns damit enderpellen? Ja, komm! Ja, komm! Das ist auch wieder auf den Baum gehen, ne! Jetzt hab ich's drüber geworfen, oder? Bist du nicht wirklich gedroppt, oder? Ich bin im Baum drin, aber ich... Ja, ja, ja! Du stehst tief rein, oder? Hä, gehst du überhaupt los? Ja, ich hab Affen! Easy! Ja, lass mal OP-Gold dafür machen! Ja, mit der... das die zu wie kommt man hier raus vor allem was ich hier zu tun die auch ich krieg jetzt wo ich halte dich hier sich sämtlich oder ich halte uns er ist nicht so gut hilfe ja ich okay wir setzen in lava okay ich hab drei herzen ich brauche ich brauche gar nichts aber es wäre ganz da ist noch da unten doch da unten sind locker wo sind die die sind im loch hast du die ich habe die ja da ist ein leiter da ist jemand also hilft wie viele leute sind hier ich habe ein herz alter ja ich habe ein gemacht ich habe gemacht nein okay ich bin hier und ich habe ich musste mich retten also eigentlich was okay so ich habe mir ich komme wieder hoch okay habe ich würde sagen wir nehmen das uac um 20 oder warte ich nehme jetzt seit elf minuten auf er geht halt wirklich weg was denn los mit ich habe ja das nicht gezogen ja deshalb durchgezogen der ist halt richtig weintlich hey nein das kann ich so weit wie ich zum teppich zerstört mein leben nein nein wir hätten mitte schauen sollen ob es da noch eier gibt und es echt hinterher hier unten sind lauter teppiche wenn man hier einmal gehen muss ist man halt hart am arsch warte bau ich baue ich komme ab ja wo ist er wo ist er wo seid ihr hey baue es wasser zu schau na warte er ist da er ist da er baut sich zu ja baut sich zu fuck ich hab's wasser nicht er ist bei dir noch nein der ist unten er ist unten schau warte der ist da da ist er doch warte der war gerade in der war gerade in wenn wir das wasser weg bekommen würden dann könnten wir weg springen warte ich spring hier mal ganz kurz so ein ding weg warte ich weiß doch wie soll ich das besser nehmen das war ungeplant ich hab den so ein bisschen freigespringt ich platzier noch mal den Tee okay oh no ja mit du schau da hat ich potenzial das wasser fliegt ja ist halt so wieso digga was ist mit dem wasser los nein hilf ich bin hier wenn ich jetzt gedroppt wäre das wasser läuft immer normalerweise läuft wasser so schnell runter und jetzt dauert es einfach drei millionen jahre na warte das war weiter und noch 10 10 10 10 10 wie du zündest jetzt hast du gezündet du hast du harte missgeburt alter ich wurde zurückgebracht danke danke lieber gott ich hab halt hart schaden kassiert hast du da ist der lieb ist er ist er ist ob er ein ding schwer hat er hat gar nichts und ich hab den kill boom sechs kills gg und ich hab das spiel geworden ja kein ding für den king ja lass mal vier minuten jetzt noch warten bis er hat sie umfängt ich hab den kassiert hä ist jetzt 20 ach jetzt jetzt ja do it do it ich wollte instant hä ist instant full mit premis keine chance keine gefahr ja du warst einfach so ne millisekunde dritten haha du warst echt so da er übel drauf gammeln kann dass der server auf ist ja ist halt so ja gut leute da würd ich mal sagen deine zuschauer hat niemals uac mal gesehen halt ja doch ich hab auf dem jo aber zusammen nicht halt ja alleine kann ich ja uac dann spielen ne kannst du dich halt schlecht besorgen okay ich hab gut ich hab die ja ich hab die ja stell dir das mal vor ich hab die ja schuhe bekommen und ich hab attentäter danke dafür ich kann diese lösung hart getten oder er geht halt straight auf mich er wird verbrechen er wird so verbrennen bitte sagt dass er verbrennt nüdex komm schon juken verbrennen nein er ist nicht verbrennt ha oh shit hä das war schlecht ha rick hä es war der typ der mich geweckt hat lol er hat sich selbst angezündet er hat sich selbst angezündet er hat mich angezündet fuck ich bin so schuld nein ich werde verbrennen oh karma nein ich werde verbrennen ich werde verbrennen 2 1 1 halb ja ich habe aufgürt zu brennen ja ich ziehe so durch also ich bin noch verbrannt da kommt ihr von hinten alter so eine missgewirr das war schon wieder so eine gute runde ja gut leute dann will ich nur sagen oder nein ich schneide die runde einfach raus ich weiß und ich schneide wahrscheinlich rein dass ich sie rausschneide und leute jetzt ist die letzte runde ich weiß nicht habe ich jetzt reingestellt ja egal ihr wisst wahrscheinlich was ich meine weil wahrscheinlich hat schauen nur so irgendwie drei prozent alle aufrufe bis hier das video an 2 prozent von 10 ja das sind 0,3 ja 0,3 leute schau mir das gerade noch zu ja gönn dir halt jetzt den afk kloch du äh ist du nur als der einzige ja da liegt die russpanzer der sich an die russpanzer gebraucht easy habe einen helfe helfe warte warte ich komme zieh durch wenn so daumen geht nein ich zieh durch äh zieh durch hast du dich ja war eigentlich keine die russpanzer die russpanzer gönn dir danke ja hast du überhaupt nicht oh nein ich habe noch keinen kill gemacht oh nein oh nein oh nein oh nein die schneide ich raus warte wie lange nehme ich schon auf nein 34 Minuten jetzt jetzt feierabend Leute wenn euch dieses video gefallen hat könnt ihr gerne einen daumen nach oben lassen würde mich auf jeden Fall sehr freuen und bis zum nächsten Mal ciao